Wir sind auf der Autobahn unterwegs, wir machen eine Pause in der Raststätte. Jetzt kommt der Monat Ramadan, jetzt ist unsere Pause sozusagen. Willkommen zur Ruhe. Im Ramadan fasten Muslime tagsüber und kommen für gewöhnlich am Abend zum Essen und Beten zusammen. In Zeiten von Corona gestaltet sich das aber schwierig. Patrick ist konvertiert und seit Januar mit Gita verheiratet. Wir werden den Fastenmonat zum ersten Mal gemeinsam verbringen. Und heute Abend mit mir, denn ich bin zum Fastenbrechen verabredet. Na, hallo, herzlich willkommen. In wenigen Stunden geht die Sonne unter, in der Küche laufen die Vorbereitungen für das Abendessen bereits auf Hochtouren. Erzähl mal, was bereitest du zu? Schaut so lecker aus. Bades ist eigentlich Röndam, das ist Indonischkiritsch. Ich koche das seit gestern, so es dauert sechs bis acht Stunden, um Röndam zu kochen. Wir wollten ja nicht übertragen, auch beim Essen. Also viele Leute machen mehr sogar im Ramadan. Also sie essen mehr vor und nach, also im Iftar und so Sachen. Sie essen mehr, mehr, mehr. Aber nein, wir versuchen ganz normal und trotz weniger. So, das nicht übertragen. Ich habe mit Patrick heute auch diskutiert. Solange man will, solange man mochte, man schafft alles. Also auch beim Fasten 18. Jahr. Wir müssen hier in unseren Gedanken positiv sein. Das ist für uns ein guter Hinweis, das ist für uns besser, das heilt unser Herz. Gleich ist es soweit. Es werden die letzten Minuten gezählt und es liegen auch schon ganz traditionell Datteln bereit. Wir beten erst mal und dann, wie gesagt, auf Indonesisch, Salamat Makan. Salamat Makan bedeutet Good Appetit. Erst mal was Kleines essen, erst mal anfangen mit Datteln und so, einen Schluck Wasser und dann erst mal beten. So, bismillahirrahfan. Oh, ich muss was trinken erst mal. Man schätzt das Essen mehr. Man schätzt das viel mehr, diese Bedeutung von dem Essen so. Manchmal, wenn man sieht, Leute schmeißen Essen weg und so, dann. Mein Herz tut weh, wenn ich sowas sehe. Bevor wir beten, machen wir erst mal Vudhu, Abdes, die Gebetswasche und dann können wir beten. Beim Gebet komme ich einfach zur Ruhe. Dein Körper kommt in die innere Ruhe. Du fühlst einfach die Ruhe. Du kommst runter, wenn der Tag hektisch ist und so, beim Begib ist es einfach ruhig. Der Ramadan ist halt wie eine Pause für das ganze Jahr für uns. Wir sind auf Autobahn unterwegs, wir machen eine Pause in der Raststätte. Jetzt kommt der Monat Ramadan, jetzt ist unsere Pause sozusagen. Willkommen zur Ruhe. Für Gita und Patrick ist die Nacht noch jung. Sie werden vor Sonnenaufgang noch einmal aufstehen, um ein letztes Mal etwas zu essen und zu trinken. Die beiden haben mir gezeigt, dass es im Ramadan nicht nur um den Verzicht geht, sondern auch darum, selbst unter den aktuellen Umständen eine besinnliche Zeit zu verbringen.